Okay, Cyberpunk ist jetzt schon eine Weile draußen und musste bisher viel Kritik einstecken. Viel davon sehr berechtigt, manches davon eher weniger. Aber es gibt da diese eine Sache, diese eine Sache, über die keiner reden möchte. Ola, wie? Sag mal, hast du schon wieder eins von meinen Autos kaputt gewahren? Du fährst Auto wie das allerletzte. Es ist wirklich der schlechteste Autofahrer, der mir je unter die Augen gekommen ist. Ich gebe dir eine letzte Saison. Jetzt musst du mir beweisen, dass du Auto fahren kannst, wie? Überquere die gesamte Garte von Night City, ohne zu machen auch nur eine einzige Karazah in meinem Auto. Also, wirst du bezahlen müssen, wie? Verpiss dich! Wirst du mich verhassen, wie? Nur weil dein Vater und mein Vater zusammen Drogen verkauft haben, gebe ich dir eine letzte Saison. Und ich meine eine letzte Saison. Pass auf, ist nicht mehr. Ich kann nicht glauben, dass ich da sagen muss, wie? Aber heute ist ein Glückstag. Die halten mich an der Stadtgrenze fest, weil ich keine Papiere habe. Die Papiere sind bei dir im Handzufach. Versau es bitte nicht wieder, nur dieses eine Mal nicht. Wir fehlen uns und mach schnell. Also, das ist ein Glückstag. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020